Ich möchte mir das Leben jetzt unbequem machen. Ich mache mir das Leben jetzt unbequem. Denn ich kaufe nicht mehr im Internet, sondern beim Buchladen nebenan. Und was ich mir dazu gedacht habe, und wenn ich bei dem einen Buchladen nebenan mit meinem Attest ohne Maske nicht mehr einkaufen ging, dann versuche ich den nächsten Buchladen nebenan zu finden, statt ins Internet zu gehen. Und ich denke, genau in diesem Sinne werden wir jetzt auch vom Raimund Frank eine Rede bekommen. Er ist Yoga-Lehrer aus Bamberg-Mömmelsdorf und zeigt uns die Bedrohungen auf, in denen wir aktuell ausgesetzt werden und kommt dann über unseren persönlichen Veränderungswillen, es sich vielleicht mal etwas unbequemer zu machen, hin zu unserem Immunsystem, das hat auch damit zu tun, und wie wir unsere Zukunft selber bauen und entwickeln können. Frank, deine Bühne. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Dankeschön. Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich heute hier sprechen kann. Das ist schon fast eine spontane Aktion. Ja, ich habe gestern erst Evi und Parola kennengelernt und heute stehe ich hier. Ja, huu! Danke. Und bei einem kurzen Gespräch mit Evi und Parola habe ich dann festgestellt, dass die Bemühungen hier schon zum hundertsten Mal oder hunderteinsten Mal jetzt hervorgebracht wurden. Und ich muss sagen, das ist beachtenswert. Ganz tollen Applaus für die Bühne und Parola und den anderen Helfern. Ja, also ich kenne halt jetzt wirklich die Zeit. Alle Helfer, herzlichen Dank. Einhundert und einmal, ja, würden wir, und das ist mir wichtig zu sagen, Gedanken gedacht. Gedanken wurden in die Vorstellung gebracht. Und somit sind sie erzeugt und haben eine Wirkung auf dieser Welt. Das ist richtig. Applaus Vorstellungen können gar nicht oft genug wiederholt werden. Es ist wichtig, denn durch die Wiederholung werden sie erst einmal lebendig. Nur etwas nachbappeln, entschuldigt bitte ja diesen Begriff, ja, das ist zu wenig. Die Vorstellung des Gedankens ist äußerst wichtig, der muss kreiert werden. Und das ist unsere schöpferische Möglichkeit, die wir mit dem Leben in die Hand bekommen haben. Gedanken zu kreieren. Applaus Ich habe leider in letzter Zeit immer wieder das Bild der Affen vor mir. Die drei Affen, die kennt ihr. Nichts sprechen, nichts hören, nichts sehen. Ja, wenn wir die Historie anschauen, dann können wir Jahrhundert für Jahrhundert verfolgen. Das ist immer das gleiche Prinzip gewesen. Ja, da, macht ihr nicht mit, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte dieses nicht sprechen, nicht denken, äh, Entschuldigung, nicht sprechen, nicht hören, nicht sehen. Das möchte ich, äh, oh, das wird immer, guckst du mir, guckst du mir, äh, das möchte ich erweitern. Denn, viele Menschen denken nicht, viele Menschen empfinden nicht mehr, viele Menschen haben keine Willenskraft mehr und viele Menschen haben keinen Standpunkt mehr im Herzen. Ja, und daran müssen wir arbeiten und ihr helft da alle mit, da bin ich sicher. Mein Name ist Raimund Frank, das hat die Carola schon gesagt. Das ist jetzt das, was ich neu geschrieben habe, ja, das kann ich jetzt nicht so frei wegsagen. Ähm, ich bin der Begründer der Initiative Menschenbild und Menschenwürde. Menschenbild und Menschenwürde. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht nur Körper sind. Wir sind Seelen, das ist noch ein sehr schwieriger Begriff, und wir sind Geist, wir sind Schöpferisch-Täden, Menschenbild. Und in dieser Form wünsche ich uns alle, dass wir miteinander umgehen. Nürftig, auf körperlicher, auf seelischer und auf geistiger Ebene. Mein Ziel ist, danke, mein Ziel ist die gesunde Haltung des Menschen- und der Weltengemeinschaft. Jeder Mensch kann sich einmal fragen, wieso er ein Rückgrat hat. Ich als Yoga-Lehrer weiß das. Warum haben wir ein Rückgrat? Um uns aufzurichten. Ja, um uns hinzustellen und zu sagen, was will ich in dieser Welt hinterlassen. Das ist wichtig. Was will ich in dieser Welt hinterlassen? Ich möchte Gedanken hinterlassen. Ich möchte Gedanken demonstrieren, die tatsächlich dem Menschenbild gerecht werden. Darum kann ich sagen, ich stehe hier mit einem Ideal. Das, was ich anderen antue, das tue ich auch mir selber an. Wenn jeder Mensch so leben würde, das wäre eine wunderbare Sache. Das, was ich anderen antue, das tue ich auch mir an. Für was stehe ich noch? Ich stehe für Deeskalation. Für VAV. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Verbinden. In Verbindung treten. Anheben eines Themas. Und verwandeln mit dem, wo ich nicht zufrieden bin. VAV. Ich stehe nicht für TAT. Für Trennen, für Abwerten und für Töten. Durch die Corona-Situation werden wir definitiv getrennt. Definitiv. Und wir erleben bereits auch schon die Abwertung. Die Aluhüte. Die Corona-Spinner. Und so weiter. Daniel Neganzer, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Hat TAT, zumindest habe ich es bei ihm zum ersten Mal gehört. Erst wird getrennt. Ich bin so, du bist so. Dann suche ich etwas, was den anderen abwertet und mich anhebt. Und dann kann man leichter löten. Das ist schlimm. Auch die historische Zeit, so ist es. Ich bin auch für die Nicht-Eskalation. Denn wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ich frage mich zur Zeit, wer das ist. Ich frage mich das immer wieder. Wir brauchen ja nur in den Fernseher zu schauen. Dann stehe ich dafür, dass die Gedanken der Polarität überwunden werden. Wir müssen lernen, miteinander zu sprechen. Auch wenn es unangenehm ist und wenn es unglaubliche Spannungsverhältnisse sind. Wenn man jemand vor uns ist, der anderer Meinung ist. Miteinander sprechen, die Polaritäten, die dürfen sein und müssen vielleicht sein, damit man sich entwickelt. Aber wir können auch daran arbeiten, dass wir sie überwinden, die Polaritäten. Das heißt, wir können verwandeln. Was sehe ich, wenn ich in die Welt schaue? Ich sehe mutige Bürger. Ich sehe Bürger ohne Angst. Ich sehe aber auch besorgte Bürger mit einem Weltenverantwortungsgefühl. Ich denke, die wenigsten denken nur an sich, wenn sie in die Corona-Thematik hineinschauen. Menschen mit Weltverantwortungsgefühl, das ist jetzt notwendig. Ich sehe auch fragende Bürger mit Unterscheidungskraft. Die wird uns abgesprochen. Mit diesem Mainstream, den wir jeden Tag reinträgen, wird uns die Unterscheidungskraft genommen. Einzeitig werden wir informiert. Ich sehe mundmündige Bürger mit Veränderungswillen. Und bitte, habt ihr einen Veränderungswillen? Gut. Ich sehe aber auch anders denkende Menschen, das Polarität. Ich sehe viele überforderte Menschen, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ich sehe viele registrierte Menschen. Und ich sehe gelähmte Menschen. Und ich sehe schlafwandelnde Menschen. Mein Aufruf an die Politik ist, die Politik und die Medien und ihre Behauptungsinhalte dürfen nicht zur Ohnmacht führen. Und nicht zur Selbstaufgabe der Menschen. Ich wiederhole, keine Ohnmacht. Lasst euch das nicht gefallen. Applaus Mein Lieblingsspruch derzeit ist, dem Übel genügt es zum Erfolg, wenn das Gute nicht handelt. Und darum freue ich mich, dass ihr hier auf der Straße steht. Denn zu Unrecht hat man euch mit einer weltweiten Corona-Deutschungspandemie in euren Grundrechten eingeschränkt. Ihr seid zu Recht auf der Straße, um das Wesen der Angst zurückzuweisen, dass durch die Politik, durch das Robert-Koch-Institut und durch die Hofberichterstattung der Medien, Hofberichterstattung, in den öffentlichen Rechtlichen, wird Angst erzeugt, zum Teufel damit. Applaus Es ist wichtig und gut, dass ihr hier auf der Straße steht und die Beleidigungen und Einschüchterungen, die ihr immer wieder hört, zurückweist. Ihr seid keine Covid-Idioten. Das seid ihr nicht. Nein. Ihr seid mündige Bürger mit Unterscheidungskraft. Ihr seid keine Weltenverschwörer. Ihr seid mündige Menschen mit Weltverantwortungsgefühl. Und ihr seid keine Gefährder. Ihr seid Menschen, die die Unversehrtheit des Lebens aller Menschen wollen. Applaus Im Wort Demonstration liegt ihr der wunderbare Inhalt, etwas aufzuzeigen, etwas auf etwas hinzuweisen oder etwas nachzuweisen. Applaus Das heißt, unduldsamen wie Lügen, Gürtümer, Manipulationen und Betrug aufzuzeigen. Deswegen demonstrieren wir. Und das ist notwendig. Applaus Das heißt aber auch, Lösungen aufzeigen. Ja, also gestern habe ich eine Rede gehört, das muss ich kurz einbinden, ja, wie ich da rede, in mein Gespräch. Und nächste Woche ist, treten alle Politiker ab. Da kann ich mir nur die Augen reiten, ja. Und was dann? Das funktioniert nicht, ja. Dann sind wir handlungslos. Das kann so nicht sein. Wir müssen nach Lösungen suchen. Wir müssen Gedanken denken, die Gedanken aufzeigen. Und wir müssen sie wahrscheinlich recht lange denken. Und dann wird die Politik sich etwas tun. Aber die Politik weckt nicht. Das gibt... Das heißt also, Fakten auf den Tisch legen, damit sie für das Bewusstsein nachvollziehbar sind. Das heißt, Fakten auf den Tisch legen, damit logische Gedankenfolgen gebildet werden können. Das heißt, damit Unterscheidungskraft bei jedem von euch gebildet werden kann. Ja, mit Unterscheidungskraft meine ich nicht nur, aha, das ist so, das ist so, das meine ich im Herzen. Damit die Unterscheidungskraft im Herzen ankommt, ja. Wir beginnen in einem Gedanken, aber wir müssen bis zum Herzen vortrinken, dringen, was ist gut und was ist nicht gut. Ja, und somit kann dann natürlich jeder Mensch erst einmal seinen Standpunkt beziehen. Wenn wir keine Fakten haben, ohne Standpunkt, dann wird es schwierig auf diese Welt. Ich frage die Regierung, ich frage die Frau Merkel und alle, die da zuständig sind, warum werden die Fakten, die von Ärzten für Aufklärung, von Rechtsanwälten für Aufklärung, von Professor Pakti, von Professor Wurtag, von Professor Mausfeld und von vielen anderen, warum werden diese Fakten nicht in den öffentlichen, rechtlichen Bezeichnungen war genau so lang und breit wie das andere. Ich kann euch sagen, warum nicht. Weil dann dieses weltweite Gehorsamsexperiment sofort eine Ende finden würde, wenn wir die Fakten hätten. Gehorsam-Experiment, das wird mit uns gemacht. Viele Menschen auf der Welt versammeln sich und rufen zur Wahrung und Besserung der Grundrechte auf. Werden diese, unsere Bemühungen einen Erfolg haben? Ich meine ja, wenn wir objektivieren, auf welchen vier Ebenen die Politik und die Medien und auch andere Kräfte mit ihren Anordnungen arbeiten und uns schwächen. Das ist ein schwieriger Satz gewesen, glaube ich. Auf welchen Ebenen arbeitet die Politik? Ich sage auf vier, es gibt bestimmt noch mehr, machen wir kein Dogma draus. Auf vier Ebenen und das müssen wir bewusst machen. Das müssen wir uns bewusst machen, damit wir uns auf diesen vier Ebenen auch wieder wehren können. Die vier Ebenen, welche meine ich? Ich meine die geistige Ebenen, die seelische Ebenen, ich meine die soziale Ebene und die körperliche Ebenen. Auf diesen vier Ebenen wird uns tagtäglich hier mit den Corona-Entscheidungen der Politik wird ein Anschlag auf unsere Selbstbestimmung, auf den Regenten in uns, auf unser Ich selbst, das ist die geistige Ebene, verübt. Auf unsere geistige Ebene, die Corona-Politik wird damit ohne Unterlass die Würde des Menschen verletzen. Verstehen wir das bitte? Die Würde des Menschen, die geistige Ebene. Die Corona-Deutschung wird als eine weltweite Entichung genutzt. Unser Ich, das höchste geistige Gut, wird uns abgesprochen. Jeden. Und jetzt stellt euch bitte das Bild vor. Jeder einzelne von uns ist damit wie ein Käpt'n auf hoher See, dessen Kompass und Ruder gestohlen wurde. Wenn ihr euch entdecken lasst, habt ihr keinen Kompass, kein Ruder. Und dann werden unsere Schiffe nur noch von Winden und von Wasserströmungen hin- und herbewegt und brennt bestimmt keine Selbstbestimmung mehr. Bei jedem von uns, der jemals seinen Kurs, sein Lebensziel selbstbestimmt hat, bei dem müssten wir Alarmgarten bringen. Ich denke, ihr habt alle einen Lebenssinn, ihr habt einen Lebenskurs. Zweiter Punkt, also nicht die geistige Ebene, jetzt kommt die seelische. Mit der Corona-Anordnung wird allen Menschen auf dieser Welt, aber ganz besonders denen, die auf die Straße gehen, die Corona-Zweifel haben, das eigenständige Bewusstseinsvermögen, das Denken, Fühlen und Wollen abgesprochen. Ihr seid Dummerchen. Geht das rein? Das ist eine Beleidigung. Da müssten wir erschüttern, jedes Mal. Ich sag's nochmal, ihr seid Dummerchen. Das dürfen Sie. Ich hör kein Widerstand. Also bei dir glaube ich's. Wir werden zu unmündigen Bürgern dekratiert. Hat Frau Merkel ihr DDR-Trauma immer noch nicht verarbeitet? Diese beispiellose Entmündigung unserer Bewusstseinsebene hat gewaltige Auswirkungen auf die Psyche, auf unser Nervensystem und auf das Immunsystem. Und das Ganze nennt sich, Fachbegriff, Psycho-Neuro-Immunologie. Das ist die Auswirkung. Und das geht schleichend, ja. Das tut nicht hier weh. Das geht schleichend. Immer wieder, wenn man euch euer Ich abspricht, immer wenn man euch eure Bewusstseinskräfte abspricht, euch als Dummchen bezeichnet, macht es was in der Psyche, im Nervensystem und im Immunsystem. Ihr werdet geschwächt. Dritter Aspekt, Geist, Seele. Jetzt kommt die soziale Ebene. Es wird weltweit der natürliche soziale Begegnungsraum durch Angsterzeugung gestört. Man weiß ja schon fast gar nicht mehr, wie man zugehen soll, wie man miteinander umgehen soll. Es wird eine Spaltung zwischen den sogenannten Vernünftigen und den Weltenverschwörern erzeugt. Soziale Ebene. Ich habe die große Sorge, dass diese Spaltung größer und größer wird. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich habe die Sorge. Es wird also die Psyche der Weltengemeinschaft belastet, das wiederum enorme Folgen auf das Nervensystem und auf das Immunsystem hat. Vierter Punkt, ich wiederhole nochmal, Geist, Seele, Soziale und jetzt kommt der Körper. Man will uns glauben machen, dass wir im Krieg sind mit Coronavirus. Seid ihr im Krieg? Mit wem seid ihr im Krieg? Okay, also nicht mit dem Virus. Aber man will uns jetzt jeden Tag erzählen. Und damit, mit diesen Schilderungen wird etwas auf materieller Ebene manifestiert. Ja, man sagt uns, nur durch Maßnahmen mit Mundschutz, materieller Ebene, nur durch Abstand halten, wieso bist du so? Ja, durch Esinfektion, durch Quarantäne, durch Kurveflachhalten, durch Überwachungslisten, das sind alles materielle Dinge, ja, da will man so lange rummachen, bis die Impfung da ist. Und das will ich auch nicht. Diese politische und medizinische Einschätzung vom Robert-Koch-Institut reduziert den Menschen auf den Körper allein. Ich habe von der Frau Merkel noch nie gehört. Jungs und Mädels da, stellt euch mal hin, denkt da ein wenig drüber nach, benutzt da mal euer Bewusstsein. Habt ihr das jemals gehört, dass das stärkend auf das Immunsystem wirkt? Habt ihr das jemals gehört? Ihr habt das bestimmt im privaten Bereich schon erfahren. Da ist jemand von euren Bekannten zerstört, zertrümmert, wegen irgendeinem Schicksalsschlag. Ja, richtig kaputt. Und dann führt ihr ein kurzes Gespräch, eine Stunde lang. Wie geht's einem danach? Züb. Neuro-Immunologie. Ja, das Immunsystem bräuchte dringend eine Entlastung und Stärkung durch die Aktivierung des individuellen, seelischen, sozialen und schöpferischen Potenzials. Die Menschen werden aber durch die Anordnungen der Politik und des Robert-Koch-Instituts auf dieser Ebene geschwächt. Wir werden täglich beflüstert und dadurch geschwächt. Und dadurch werden wir noch anfälliger für Krankheiten. Wir werden nicht... Wir werden anfälliger für Krankheiten. Jetzt kommt die Historie. Die Ursachen von Krisen und Krankheiten liegen nicht in der Materie. Sie sind Ergebnisse von Irrtümern, von Versuchungen, von Vorteilsdenken oder Versäumnissen in der Menschheitsentwicklung. Die Historie zeigt, Krisen verursachen jene Gedanken, die die Menschen pflegen oder versäumen zu pflegen. Die Historie zeigt auch, Krisen sind von Lügen, Manipulationen und Vorteilssuchen begleitet. Die Historie zeigt auch, es waren meist die Gedanken einer Führungselidie oder von machtfügigen Menschen, die Krisen erzeugten. Die Historie zeigt auch, Angst schafft Krisen. Die Historie zeigt auch, das Volk erkannte oft die Täuschungen der Machthaber nicht und diente der Krise. Kleinen Moment bitte. Der Regen pappt alles zusammen hier. Letzte Seite. Man kann vielleicht nicht ohne weiteres annehmen, was ich jetzt sage. Es ist Katatoba. Leider unterstützen wir selbst diese Krisen. Wir geben unseren Feind, ich nenne ihn jetzt einmal so, unsere Kraft. Zum Beispiel, indem wir GEZ-Gebühr bezahlen. Ich will damit jetzt nicht alles schlechtreden, ja. Aber indem wir GEZ-Gebühr bezahlen, bezahlen wir jene Medien, die Hofberichterstattung leichten. Ich zahle gerne Gebühr, ja. Ich muss auch sagen, es gibt wunderbare Dokumentationssendungen und so weiter und so fort, ja. Aber ich möchte, was das Politische ist und so weiter und so fort, das Soziale, möchte ich nicht eine Hochberichterstattung, ja. Aber wir unterstützen das mit dieser Gewür. Oder wie viele Menschen geben täglich, geben täglich den Behauptungsinhalten nach und geben mit ihrer Corona-Angst und mit ihrer Bevölkerung, der Anordnung, ihre Selbstkraft ab und halten das am Leben, was durch die Politik und durch das Robert-Koch-Institut ins Leben gerufen wurde. Wie viele Menschen da draußen gehen ihre ganze Kraft genau dorthin, ja, und die reiten sich die Hände und sagen, schaut her, wir sind auf dem richtigen Weg. Ein Großteil der Menschheit unterstützt leider diese Corona-Krise. Durch die Bevölkerung. Oder wie viel Polarität. Durch diese Corona-Krise, wie viel wird an Polarität und Streiterei, an Beleidigung und Verurteilung und Ausgrenzung erzeugt. Wie erschöpfend sind Beleidigungen, wie erschöpfend sind Verurteilungen, wie erschöpfend ist Streiterei. Kennt ihr das? Ja, und ich frage mich, wo gehen diese Kräfte hin? Wenn wir erschöpfen, muss ja irgendjemand anders aufbauen. Wer ist mit seinem äußeren Reichtum auf dieser Welt nicht mehr zufrieden? Wer braucht auch noch das Gefühl, dass er die Seelen der anderen Menschen in der Hand hat? Mit einer Corona-Pandemie. Wer ist das? In welchen gierigen Schlund fließen die seelischen Kräfte der Leichtgläubigen oder der Schlafenden und der immer mehr erschöpftenden Menschen? Letztlich muss jeder selbst den Wolfs im Schlafspelz entdecken lernen und objektivieren. Ich bitte euch, bleibt wachsam. Übergebt euch nicht den Lügen. Übergebt euch nicht der Angst und der Beleidigung. Es gibt viele Indizien dafür, das weltweit herrschende Corona-Drama ist ein geniales Gedankenkonstrukt. Das die Menschheit entmündigt. Und ich sage mittlerweile nicht nur entmündigt, sondern entmenschlicht. Was steht an? Äußere Krisen, das ist ein Satz, den ich aus so schlauen Büchern herausgenommen habe. Äußere Krisen verlangen nach einer inneren Entwicklung. Wisst ihr zufällig, wer das gesagt hat? Albert Einstein. Und nach tragfähigen Gedanken. Das kann man sich beweisen. Als äußere Krisen verlangen nach innerer Entwicklung und nach tragfähigen Gedanken, die in eine Neugestaltung des Lebens führen können. Das ist wichtig. Und darum wiederhole ich nochmal meinen Eingangssatz auch. Dem Bösen genügt es zum Erfolg, wenn das Gute nicht handelt. Wenn wir keine Gedanken denken. Es braucht einen Veränderungswillen. Und den sehe ich bei euch. Aber bitte, einen Willen, der ohne Gruppenzwang, ohne Dogmatik, jeder Einzelne von euch kann ein Ideal denken. Ich bin mir sicher, ihr habt eins. Jeder Einzelne kann einen Gedanken auferstehen lassen. Einen Gedanken auferstehen lassen, der der Gemeinschaft gilt und nicht der Vorteil sucht. Das bedeutet allerdings Arbeit, Mühe und Empathie. Was braucht der Nächste? Vorausgabt bitte eure Kräfte nicht, indem ihr sie gegen etwas richtet. Nutzt eure Fähigkeiten und eure Kräfte, damit ihr sie für etwas hernimmt. Das darf schon mal ein Streit sein, oder? Ich meine es, meine es. Aber letztendlich muss man doch füreinander arbeiten. Ein Ideal könnte derzeit sein, bitte, das ist jetzt mein Ideal, ja. Ich gebe es einfach mal so frei hinaus. Mein Ideal ist derzeit die Stärkung der Selbstkraft des Menschen und des Immunsystems durch eine Auseinandersetzung mit dem Übel, damit ich erkenne, was mich schwächt, und durch die Förderung und Entwicklung bester Gedankenideale, die einen ausgewogenen Dichtstandpunkt in der Welt zwischen geistigen, zwischen irdischen, zwischen sozialen ermöglichen. Ja, schwieriger Satz, aber ihr könnt es euch ja dann vielleicht auch im Film anhören. Ich komme zum Ende langsam. Wir befinden uns im Moment in einem globalen Deutschungsgroßlabor. Das ist nicht ein Corona-Labor, das ist ein Deutschungslabor. In einem Gehorsamkeitslabor, beendet dieses Experiment. Und macht aus diesem Labor eine Zukunftswerkstatt Mensch werden. Und lasst uns entschlossen die Frage angehen, Wie erbauen wir eine Gemeinschaft, eine Weltengemeinschaft mit universaler Gültigkeit? Da können wir uns die Kötte heißreden, aber wir müssen damit anfangen. Anregungen dazu finden wir in den Werken, also Anregungen für diese Weltengemeinschaft, finden wir in den Werken von geistbegabten Menschen in allen Kulturen. Wenn wir diese Werke restriktieren und richtig verstehen lernen und umsetzen lernen, dann werden selbst die unterschiedlichsten Arbeitsansätze, sei es in Australien, in China, in Afrika, in Europa, egal wo, die unterschiedlichsten Arbeitsansätze werden zusammenfinden, weil der Geist eines ist, ja, und die Entwicklung und die gesunde Heilung des Menschen wird dadurch mit Sicherheit voranschreiten. In dem Zusammenhang, glaube ich, und das ist mein letzter Satz, hat Covid-19 und andere Krankheiten keine Chance mehr. Ich danke euch, dass ich vor euch sprechen konnte. Ich danke auch der Parola und der ET, ja, also macht weiter so. Ich danke dir für die Schirme. Ich danke dir für die Schirme. Und ich glaube, unsere Technik macht auch nicht mehr so ganz mit. Die Mikros haben Aussetzer, alles ist feucht geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, egal ob das jetzt der Frank ist, der heute das erste Mal bei uns geredet hat, oder ihr vielen Demo-Teilnehmer. Ich bin begeistert. Es duscht jetzt seit einer Stunde fast ununterbrochen. Und wir stehen hier nicht zu 30 oder zu 25, wie ich das am Anfang gewöhnt war. Sondern ihr steht, glaube ich, zu locker 100 vor mir. Toll! Und jetzt machen wir noch unseren Abschlusskreis. Rainer stellt heute die Kerze unter den Tisch, damit sie nicht gleich überschwemmt wird. Und dann bitte ich euch, stellt euch alle mit euren Schirmen ein wenig im Kreis auf. Wir werden auch heute, denke ich, die Kamera abbauen oder umräumen unter unser Zelt. Wir werden auch heute mit euren Schirmen ein wenig im Kreis auf. Ich denke, die meisten wissen, wie es geht und helfen den anderen, bitte. Und dann bekommen wir das hin. Wir stellen uns im Kreis auf. Und wenn jeder Plätzle hat jetzt, dann schauen wir unten auf die Kerze, die schön im Trockenen steht. Machen wir in Gedanken das Licht der Kerze größer, sodass es auf der ganzen Welt überall bis in die dunkelste Ecke hell wird. Und tragen damit unser Motto nach draußen. Für Frieden und Freiheit mit... Liebe! Ja, bitte! Machen wir! Machen wir! Machen wir! Schrei, schrei, schrei. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, die Zeit ist vorbei Ich danke, dass ihr da war und so tapfer ausgehalten habt Morgen geht es schon wieder weiter, ganz normal um 18 Uhr Ich wünsche euch einen schönen Tag Und meine Frau deutet noch was an Sie will nochmal das Mikro haben, Moment Ich will nochmal dazu sagen Wir haben hier vorne jetzt Unterm Pavillon unsere Glücksbox Und da habe ich auch Flyer liegen Zur Ankündigung für das nächste Wochenende Gerne dürft ihr euch Versuchen was rauszunehmen Die Zettel sind ein bisschen feucht geworden Aber vielleicht schafft ihr es Und da haben wir noch ein bisschen feucht Und da haben wir noch ein bisschen feucht Und da haben wir noch ein bisschen feucht